Oh! Danke, Dale! Hugemerkt! Danke! Wow! Halt die Fresse! Arschloch! Ich habe die Fresse schon voll hier auf der verkackten Hurenkacke! Das war ein Drecksblüten Scheiße, ja! Meine Fresse! Fickt mich ja richtig an, die Scheiße hier! Wir haben keinen Kontakt zu dem Trupp im Turm! Also bleibt wachsam! Ausschwärmen! Wanda Hask will sie gefunden haben! Halt die Fresse! Ich bin akku! Na klar! Das ist die realistische Ersteuerung nicht! Was soll die Scheiße hier? Ja! Boah, verhute so ein Scheißkackspiel, ey! Das war so mit Absicht! Oh, du fuhute Scheiße, ey! Wir brauchen Schiffe! Ach, halt doch die Fresse, Alter! Ich gebe doch ein Schiff in die Schnauze, blöde! Cool! Halt die Schnauze jetzt hier! Also bleibt wachsam! Ausschwärmen! Vor allem der Hask will sie gefunden haben! Jetzt hab ich schon gedacht zum Akku hier, ey! Mann! Mann! A, heiß Maul! Wein mit schwerem Waffengesicht! Ah, weiß ich, der wird immer das auslaufen! Ah, klar, der Stift findet... die mag ich ja ich krieg die verfickte macke es macht auch keinen spaß mehr ja headshot vier schüsse im kopf doch stirbt nicht was ist das anpack wie soll ich den pack darüber kommt es ist die verpackten schiffen jetzt hier rauskommt kein weg hotel kümmern scheint um die hintere deckung du dummes schwein das hier die verhorte scheiße spiele ehrlich ich stehe gleich aus hier hier war ich hieß im kopf aber stoppt man schießt die kopf und die sterben nicht bei ersten schuss wie unrealistisch da haben sie ich gleich den box eingebaut letzten update total verpackt die scheiße was ehrlich was auch was ganz ruhig bleiben ganz ruhig bleiben brauner nicht aufregen ist nicht gefest herz die stauze wer fest dass wir noch sagen ich eröffne das feuer verstanden ach ich öffne es auch zu erhalte auf die fressen und haski ist ja wohl zugebracht auch auf die nüsse weg schwein und so eine hore so hat sechs nütze der hielgeber obendeckung vor jetzt du schon wieder hin denn das ist doch eine deckung wie es wird eine deckung geben ist der behindert wasser scheiß gruppe ist das ehe alles der verfickten arsch auch schon gesehen halt die fresse das kommt der schluss ist ja muss ich auch aufpassen kommt die mich auch von oben hier drin nämlich auch von oben und von da haben sie mich schon wieder umsingelt ich werde schütze für das arsch meine fresse warum hast du wieder hier kommt ich musste unten rein das gebäude da ist eine kindwerfer ich habe ein volltreffer Scheisse, 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 Scheisse! GUT! Du Hälter, die Schnauze, du dumme Tricksau, schießt nach deiner Eier weg! Tricksau, ey! Der Zackkipp auf der Eier! Stöcke! So, ich hab auch keine. Der Hälter auf der Eier auf! Der Fickscheiße! Ja! Wir haben keinen Kontakt zu dem Trupp im Turm. Also bleibt wahrsam! Lass schwärmen! Commander Hask will sie gefunden haben! Er war mal schwärbewaffnet! Ach, halt doch die Fresse! Sie sammeln, dass ich die verhurte Scheiße da komme, ey! Mann! Ich... Ich geb schon so viel! Ich mach einfach keinen Spaß mehr! Alles nur Scheiße, ey! Alles nur Scheiße, Scheiße! Verfickte Huren Scheiße, ey! Ach, du sollst deine Schnauze an, ey! Schalt gleich die Scheiß Brachsteuerung aus, hier! Verfickte Huren Kacke! Die geben wir langsam auf der Eier, ja! Oh! Oh, Scheiße! Fert sich leider! Wir haben keinen Kontakt zu dem Trupp im Turm. Also bleibt wahrsam! Ausschwärmen! Commander Hask will sie gefunden haben! Was ist denn das für ein Arsch? Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Let's Play Star Wars Battlefront 2 und schaut auch gerne bei meinen anderen Projekten vorbei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Darth Steffen. Möge die Macht mit euch sein. Tschau mit V und wir sehen uns wie immer zur selben Stelle, selben Welle wieder. Tschau.